Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. In diesem Video topfe ich Sukkulenten und Kakteen mit dir um und zeige dir ganz genau, wie ich das mache. Zudem erkläre ich dir auch, wie ich entscheide, welchen Topf ich verwende. Und erkläre dir auch, warum ich die Pflanze überhaupt umtopfe. Damit das Substrat nicht aus den Terracotta-Töpfen mit Lochriset, verwende ich sehr grobe Lavasteine. Die verwende ich teilweise auch für meinen mineralischen Substratmix. Und die helfen mir, das Substrat im Topf zu behalten. Wie habe ich jetzt eigentlich die Pflanzen auf das Umtopfen vorbereitet? Ich habe alle Pflanzen, die du jetzt hier gerade um mich herum siehst, vor ca. zwei Wochen gegossen. Das ganz Wichtige ist, bei Sukkulenten und Kakteen nach dem Umtopfen für zwei Tage bis zwei Wochen nicht zu gießen. Abhängig davon, wie trockenheitsliebend deine Sukkulente oder dein Kaktus ist. Wie sind eigentlich deine Erfahrungen mit Sukkulenten und Kakteen? Schreib es doch mal in die Kommentare und ich freue mich, dass wir uns zu unseren Erfahrungen austauschen. Ich topfe zunächst einmal diese große Schönheit um. Und dafür muss ich ein ganz klein wenig umbauen. Während ich die jetzt hier gerade wegräume, was brauchst du überhaupt, um so eine Sukkulente Pflanze, zu denen übrigens auch Kakteen zählen, umzutopfen? Naja, also zu Beginn brauchst du natürlich erst mal die Pflanze. Also du brauchst eine Pflanze, die du umtopfen möchtest. Dann brauchst du natürlich noch einen Mix für Sukkulente Pflanzen. Das hier ist mein Sukkulenten-Substrat-Mix. Ich verrate dir in dem Video, was ich dir gerade oben verlinke, wie ich das selber mische. Dann brauchst du natürlich noch Terrakotta-Töpfe. Ich pflanze alle meine Sukkulenten Pflanzen in Terrakotta-Töpfe. Und dann nehme ich immer noch Lavasteine, um das Loch zu bedecken, sodass das Substrat nicht rausrieselt. Hier kannst du natürlich auch Tonscherben verwenden. Umso mehr Töpfe du hast, desto häufiger geht dir natürlich einer kaputt. Heb die einfach auf und verwende sie als Scherben. Für größere Pflanzen, insbesondere für Pflanzen auch mit größeren Dornen, verwende ich zudem auch Schaumstoffmatten, damit die Pflanze ganz weich liegt und ich mir nicht wehtue. Diese Pflanze bestaune ich wirklich schon seit vielen Jahren und wollte sie ganz, ganz lange haben. Hab sie mir jetzt endlich geholt, als ich sie in meinem Baumarkt gefunden habe. Ich finde die Wuchsform und die Farbe einfach traumhaft. Es ist so eine schöne Pflanze. Ich habe sie schon mal in vier Metern Größe gesehen, also vier Metern Höhe. Und seitdem bin ich dieser Pflanze verfallen, freue mich richtig doll, dass ich sie jetzt auch bei mir habe. Warum topfe ich die überhaupt um? Denn du kannst vielleicht sehen, die ist in einem gar nicht so schlechten Substrat. Ach, den Stein kann ich übrigens, den kann ich nochmal benutzen. Aber persönlich ist das für mich zu fein. Außerdem bevorzuge ich es, wenn alle meine Pflanzen in einem sehr ähnlichen Substrat sind, dann haben sie nämlich auch ähnliche Gießansprüche, sofern sie an ähnlichen Stellen stehen. Somit kann ich meine Pflanzen besser gießen und sie auch langfristig besser pflegen. Ja, dann versuche ich mal, die aus dem Topf rauszuholen. Hierfür drücke ich an allen Seiten drumherum. Hier immer schön vorsichtig sein beim Rausheben oder sich die Hilfe einer zweiten Person holen, damit man sich nicht wehtut. Gibt einfacher als gedacht. Okay, da war jetzt keine Unterlage drunter. Den Topf stelle ich mal zur Seite. Wie du hier übrigens auch ganz gut sehen kannst, ist das Substrat echt wirklich sehr, sehr fein. Fast schon Blumenerden ähnlich. Und es ist völlig egal, ob da jetzt Lavasteine drin sind oder nicht. Es ist fein und feines Substrat ist langfristig nicht gut für sukkulente Pflanzen. So, das kann man sehr leicht abmachen. Die werden nämlich meistens immer viel zu tief eingebuddelt. Die kann man tatsächlich viel besser halten, als ich es dachte. Deswegen habe ich mir hier die Schaumstoffmatte hin vorbereitet. Kann man einfach ganz einfach mit dem Finger vorsichtig durchgehen. Aufpassen, dass man nicht an die Dornen kommt. Spannend finde ich jetzt an der Stelle auch, dass man mal richtig sieht, wie wenig Wurzeln diese Pflanze eigentlich überhaupt hat. Und man sieht aber zudem auch, dass das Substrat wirklich gut durchgetrocknet ist. Ganz wichtig beim Umtuffen. So, jetzt kommt hier nochmal die Erde weg. Kurzes Schütteln. Rest Erde noch hier. Dafür lege ich sie einmal hin. So. Und gehe vorsichtig mit den Fingern die Wurzeln hier unten entlang. Die Wurzeln wasche ich übrigens im Anschluss jetzt nicht mit Wasser. Die Pflanzenwurzeln sollen ja trocken bleiben. Jetzt drehe ich die Pflanze einmal um. Nicht auf die kleinen Triebe rauf. Die brechen sonst ab. Da sind auch kleine Triebe. Hops. Also so lang. So. Ganz besonders wichtig ist auch, dass man einmal guckt, oder dass auch du einmal guckst, wenn du sowas machen solltest, dass hier in der Mitte, also da wo die Pflanze quasi Wurzeln bildet, jetzt hier nicht so viel feines Substrat ist, weil sonst hast du immer einen feuchten Kern in der Mitte vom Topf. Und das möchtest du vermeiden, denn sonst ist es hier rum immer feucht und drumherum immer schön trocken. Das schädigt deine Pflanze langfristig. So. Guck mal, wie schön das aussieht. So mal schütteln. Fertig. Jetzt brauche ich meinen Topf und bedecke das Topfloch mit einem Lavastein. Ich fülle den unteren Boden jetzt schon mal mit Substrat voll. Der Topf ist mit meinem Sukkulenten-Mix befüllt. Jetzt kann die Pflanze einmal ganz kurz rein. Guck mal, wie fein die Wurzeln waren und wie wenig Wurzeln da auch waren. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte das häufiger gegossen, dann wäre bis oben immer die ganze Zeit Feuchtigkeit gewesen und keine Wurzeln, die das aufnehmen. Das wäre richtig doof. Jetzt brauche ich noch meinen Substrat-Mix. So, ich gucke noch mal, ob der auch schön mittig steht, damit das dann nachher hübsch aussieht. Ich glaube, so sieht es ganz gut aus. Und Substrat, kommt rein. Häufig werden solche Pflanzen übrigens auch viel zu tief eingebuddelt. Du siehst ja, bis wohin die Erde ging. Also hier 5 cm noch weiter drüber. Ohne, dass überhaupt Wurzeln vorhanden sind. Häufig nehme ich daher die Pflanzen sowieso raus, um sie zumindest zu erhöhen. So, ich mache mal die Seite, die zu dir guckt, noch ein bisschen besser. Jetzt richte ich die Pflanze noch ein kleines bisschen, damit sie aufrechter steht. Und wackele am Topf. So rutscht das Substrat auch noch in die letzten Lücken. Hundertprozentig fest ist diese Pflanze jetzt noch nicht. Das ist aber auch völlig okay. Ich führe noch ein ganz klein bisschen was auf. Denn ich habe ja viel an Stabilität weggenommen. Das hier war ja alles noch unter der Erde. Aber so ist es viel besser für die Pflanze, denn sie wird so langfristig gesünder sein. Ich muss jetzt halt nur aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit dagegen laufe. Aber die würde mich ja eh pieken, würde ich dagegen laufen. So, hier muss da noch was hin. Hier auch noch. Hier auch noch. Fertig. Sieht die nicht schön aus? Als nächstes topfe ich ein Heidelbeerkaktus um. Das ist der hier. Und der ist für mich total besonders, weil ich den selber aus einem Steckling gezogen habe. Das heißt, den habe ich selber abgeschnitten und dann ganz lange getrocknet und dann jetzt eingesetzt. Und man merkt halt, dass er in diesem kleinen Topf jetzt nicht wirklich gerade weiter wächst. Auch wenn er wirklich sehr schön wächst. So sieht dieser wunderschöne Heidelbeerkaktus aus. Um jetzt sein Wachstum nach oben zu fördern, kriegt er einmal einen größeren Topf. Und zwar den hier. Der kommt übrigens dann auch noch nach draußen. Zunächst einmal kommt hier ein Lavastein auf das Loch. Kannst natürlich auch wieder Tonscherben nehmen. Das wird auf jeden Fall reinpassen. Hier Probeliegen ungefähr einen Zentimeter ringsherum größer als dieser Topf. Und jetzt kommt da Substrat rein. So, Pflänzchen kann raus. Ich passe auf, dass ich mich nicht steche. Der steht übrigens in Ponn. So soll er dann drinstehen, wenn es fertig ist. Der hat den Topf sehr, sehr gut bewurzelt. Ganz klein bisschen tiefer hätte ich den gern. Dafür stehe ich nochmal ganz kurz was weg. So sieht es perfekt aus. So, bei dem hätte ich natürlich auch jetzt die Wurzeln einmal von dem vorherigen Substrat befreien können. Das habe ich aber nicht gemacht, da das Ponn ähnliche Eigenschaften hat wie der Mix, den ich verwende. Bis auf, dass mein Mix teilweise noch ein bisschen besser ist und organisches Material enthält wie die Baumrinde. Dadurch, dass der mittlere und äußere Bereich ähnliche Eigenschaften haben, habe ich jetzt das Substrat nicht abgeklopft. Ja, weiter kann es gehen. Auch die Pflanze ist jetzt fertig. Die Pflanze passt jetzt nicht mehr in den Untersetzer, aber die braucht auch gar keinen Untersetzer, weil sie draußen ist und so steht, dass sie nur gegossen wird, wenn es regnet. Als nächstes ist diese Schönheit dran, die ab und zu immer mal wieder umfällt, weil sie einfach schon zu groß geworden ist. Auch wenn sie wunderschön ist, braucht sie jetzt einen neuen Topf und die steht in einem alten Substrat, was ich mal gemischt habe vor ganz langer Zeit noch. Die hatte ich nämlich gekauft, weil sie so klein, das war richtig niedlich. Und ganz lange habe ich die Pflanzen einfach immer in trockene Resterden gesetzt, weil ich einfach faul war und sukulente Pflanzen bei mir sowieso sehr gut wachsen, da ich wenig gieße. Und wenn ich wenig gieße, dann kommen die Pflanzen auch teilweise mit schlechteren Substraten klar. Jetzt möchte ich ihnen aber ideale Bedingungen geben, denn ich möchte, dass diese Pflanze schön groß und wundervoll wird. Du siehst schon, was ich hier für ein feines Substrat damals verwendet habe. Und krass, genau das, was ich gesagt habe mit dem feuchten mittleren Kern, denn die kamen in noch einem viel feineren Substrat. Und hier ist der Mittelkern, das sieht man nicht richtig, aber der mittlere Teil hier ist noch dunkel, das heißt, der ist feucht, obwohl der ganze Topf trocken war. Und hier werde ich jetzt einmal vorsichtig die Erde abmachen, weil das könnte langfristig gefährlich für die Pflanze werden. Theoretisch würde ich immer sagen, die Wurzeln schön in Ruhe lassen beim Umtopfen, damit sich die Pflanze auch gut vom Umtopfen erholt. Aber hier ist der mittlere Kern wirklich so feucht, dass ich auch schon sehe, dass ich bei den Wurzeln Schäden verursache, denn diese Pflanze zählt zu den Wolfsmilchgewächsen und sondert so einen weißen Saftabfallbeschädigungen. Und die Wurzeln sind hier schon gerade sehr weiß davon, also von den Schäden, die ich verursache. Aber somit wird die Pflanze langfristig gesünder sein, denn ich habe ja auch größere Erdbröckechen gelöst, die ich beim letzten Mal nicht entfernt habe. Aber jetzt wird es besser werden und die Pflanze ist bereit, umgetopft zu werden. Den Topf brauche ich gleich für eine andere Pflanze und die hier kommt in den hier, damit sie wieder schön wachsen kann, um größer zu werden und nicht umfällt. Ich bedecke das Loch wieder mit einem Lavastein für den Boden mit Substrat auf. Mal gucken. Ja, so will ich sie platzieren. So, auch diese Schönheit ist fertig eingetopft und muss natürlich jetzt erst mal in dem neuen Topf ankommen. So, den neuen Topf spüle ich jetzt mal nicht aus. So viel Dreck ist da ja gar nicht drin. Den brauche ich aber jetzt gleich für die nächste Pflanze. Und zwar eine meiner Lieblingspflanzen, die Euphorbia lactea white ghost. Und die Pflänzchen kommen jetzt mal vorsichtig raus. Auch die sind in einer zu feinen Erde. Ist aber ganz schön, weil ich dachte schon lange, dass ich das mal in einem Video zeige, wie ich das mache. Denn wahrscheinlich sind die Erden, die du für deine Sukkulenten und Kakteen verwendest, ohne dir irgendwas unterstellen zu wollen, ähnlich. Hier habe ich schon gröbere Substrate verwendet, aber immer noch nicht diesen Mix. Ich schaffe es auch nicht immer, alle Pflanzen umzutopfen. Lavastein, so soll sie drin sein. Warum habe ich die jetzt überhaupt separiert? Naja, also die habe ich geschickt bekommen aus, ich glaube die kam mal aus Indonesien. Und waren so groß die Stückchen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Pflanze wuchs. Das ist jetzt der Wuchs von diesem Jahr. Bin sehr stolz drauf und möchte jetzt den Pflanzen ausreichend Platz zum Wachsen geben. Die Pflanzen kommen aber auch raus. Und draußen sehen die richtig süß aus, weil sobald die Sonnenlicht bekommen, sind die Spitzen rosa. Der restliche Pflanzenverlauf ist weiß und es sieht total cool aus. Also eine weiße Pflanze mit einer rosa Wuchsspitze. Sieht toll und wunderschön aus. Einer meiner absoluten Lieblingspflanzen, so wie ihr anderen hier auch. Der Boden wird bedeckt. So, Pflanze kommt rein. Halbwegs gerade, ich richte sie noch ein bisschen. So kann die Pflanze ideal weiter wachsen. Weiter geht's mit dieser Schönheit hier. Die lässt sich ja viel einfacher anfassen. Lavastein aufs Loch. Bisschen Substrat drauf. Pflanze kann jetzt rein. Ich versuche sie immer mittig zu platzieren. Hat nur ästhetische Gründe. Sie könnte auch am Rand wachsen. So, auch die ist fertig. Und jetzt kommt die letzte. Eine Pflanze mit einer anderen Blattstruktur. Ich wollte dir einfach nur mal verschiedene Sachen zeigen. Einmal eine Pflanze, die umgetopft wird, weil sie zu groß ist. Eine Pflanze wird umgetopft, weil zwei Pflanzen in einem Topf waren. Die hier, damit sie weiter wächst. Die andere, die ankam. Und jetzt die, weil sie einfach schon richtig lange auf meiner Umtopfliste stand. Und das ist eine traumhaft tolle Pflanze, deren Namen ich nicht auszusprechen übe. Aber guck mal, wie süß die ist. Die hat doch so schöne und so kleine süße, dicke Blätterchen. Eine richtig, richtig süße Pflanze. Die hat den Topf anscheinend auch sehr gut durchwurzelt. Kommt auch wieder in den Topf zurück. Mach ich vorsichtig das Substrat weg. So. Jetzt mach ich mal den Topf noch leer. Die kann ich leider nicht ablegen, weil sonst Blätter abfallen würden. Lavastein nach unten. Und jetzt kann auch schon das Pflänzchen rein. Und ich versuche sie noch ein bisschen in den Topf reinzudrücken, damit sie mehr Halt hat. Denn sie hat hier ein sehr krasses Übergewicht auf der einen Seite. Ich mach das nochmal neu. So. Und mir ist gerade auch ein Blatt abgebrochen. Das kann ich einfach auf Substrat legen. Und dann habe ich eine neue Pflanze. So muss ich sie einsetzen. Einmal anrütteln. Und das Blatt lege ich hier oben drauf. Da kommt eine neue Pflanze raus. Ich zeige dir nochmal alle Pflanzen auf diesem Tisch, die ich gerade umgetopft habe. Das letzte Schild kommt in den Topf rein. So weiß ich auch immer ganz genau, wie die Pflanzen heißen. Und kann nochmal zu den Bedürfnissen weitere Informationen nachlesen. Die Pflanzen werden jetzt für ein bis zwei Wochen nicht gegossen. Und auch wenn sie auf den Balkon stehen, stelle ich sie so hin, dass erst einmal kein Regen auf die Pflanzen rauchtropft. So gewährleiste ich, dass die Pflanzenwurzeln sich gut an das neue Substrat gewöhnen können. Hast du sonst eigentlich noch Fragen rund um Sukkulenten und Kakteen? Schreib sie mir doch einmal in die Kommentare. Ich denke, wir können alle voneinander lernen. Ein Abo und auch ein Daumen hoch unterstützen meinen Kanal sehr. Ich hoffe, dass ich dich auch in meinem nächsten Video sehe. Sieh doch mal direkt eins an. Ich hoffe, dir geht es gut. Bis dann. Ciao. Kakao. Ich hoffe, dir geht es gut.